So, ich befinde mich hier gerade auf dem Rathausdurm in Leipzig und wir haben gerade die Runde in 90 Meter Höhe um den Rathausdurm gemessen und eine Runde ist 42,195 Meter und jetzt ratet mal, was ich am 15. Oktober hier oben mache, eine absolut geile Sache, ich renne einen Marathon hier oben, der ja auch bekanntlichermaßen 42,195 Kilometer ist. Ist das nicht ein toller Blick und das Ganze darf ich am 15.10. genießen, wahrscheinlich 8 Stunden lang, das Ganze mache ich für aus Leben, es ist ein Lauf zu wohltätigen Zwecken und das Ganze mündet dann faktisch in den Pink Shoot Day und wir freuen uns schon riesig. Einige von euch können mitmachen, man kann hier Runden kaufen, um mit mir gemeinsam zu rennen, also das wird ein heidens Spaß, wir freuen uns alle jetzt schon darauf, Leipzig, Turmlauf 2016.